Ich bin richtig aufgeregt, weil ich freue mich, endlich mal wieder ein neues Projekt vorstellen zu können. Den Prototype Fund, der in einem Satz, ganz kurz beschrieben, 1,2 Millionen in den nächsten drei Jahren an Open Source Projekte vergibt. An wen richtet sich der? Der richtet sich an Softwareentwicklerinnen, Hackerinnen, Kreative, Leute, die Ideen testen wollen, die eine erste Idee bis zur Demo entwickeln wollen, die bereits an Projekten arbeiten und neue Module ergänzen wollen und Förderung beantragen bzw. Geld wollen, um diese Vorhaben umzusetzen. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, bevor ich gleich darauf eingehe, welche Themenschwerpunkte wir haben und wo man sich bewerben kann. Das Projekt, warum machen wir das? Und zwar eigentlich ist es ganz cool, weil es ist aus unseren eigenen Bedürfnissen heraus entstanden, als gemeinnütziger Verein, der ein motiviertes Team hat, viele Ideen, aber dem es laufend an finanziellen Ressourcen mangelt. Und wir arbeiten auch mit Communities, denen es auch ständig an Geldern mangelt, um Dinge umzusetzen, um Dinge auszuprobieren und Prototypen zu entwickeln. Wenn man Funding ansucht oder versucht, Funding einzuwerben von Unternehmen, dann läuft man oft Gefahr, dass man sich irgendwie verbiegen muss, weil eine Marketingabteilung was von jemandem will, man läuft Gefahr, in Bürokratie zu versinken, weil man einen Förderantrag oder ein EU-Projekt bekommen hat und eigentlich viel mehr mit Kommunikations-Overhead und bürokratischer Abwicklung zu tun hat, als wirklich an der Projektumsetzung zu arbeiten. Und ein Beispiel eines unserer Projekte, wo es immer ganz schwierig ist, Funding dafür zu finden, möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Frag den Staat. Stefan Wermey ist irgendwo hier, der hat das gegründet vor ungefähr fünf Jahren. Man munkelt, es feiert bald seinen Geburtstag. Und Arnes Hemsroth, der ist auch hier, der betreut das Projekt und die Anfragenden bzw. schreibt auch laufend drüber. Frag den Staat ist ein Tool, das hat ziemlich viele Nutzer. Momentan stehen wir bei 20 Anfragen pro Tag. Bundesweit werden die Hälfte aller EFG-Anfragen über dieses Tool gestellt. Und trotzdem ist es irre schwierig, dafür Funding zu bekommen. Und ich spreche da von Core-Funding, um einfach dieses Tool aufrecht zu erhalten und ab und an Tech-Ergänzungen zu machen. Unternehmen kommen nicht in Frage, weil man unabhängig sein möchte. Öffentliches Funding ist aber auch schwierig, weil alle potenziellen Partner mit Forderungen an ihre eigene Transparenz konfrontiert sind. Dasselbe gilt für Stiftungen. Also ein tolles Civic-Tech-Projekt für die Zivilgesellschaft, irre schwierig zu funden. Jetzt könnte man natürlich anfangen, Förderprogramme zu durchforsten, die leider häufig mit ganz viel Bürokratie verbunden sind, wie ich schon erwähnt habe. Und oft gibt es einfach auch keine wirklich guten Förderprogramme für Civic-Tech-Tools oder Datenschutz-Tools. Neue Entwicklungen, Anwendungen, die so noch gar nicht in den Förderkatalogen mit drinnen stehen. In der Vergangenheit haben wir uns des Öfteren dann bei Funds im Ausland beworben. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige die Knight Foundation aus den USA. Die fördert Projekte im Bereich Media Innovation, auch Civic-Tech-Projekte, die Entwicklung von Code, von Tools und ist aus einem Verlag in den USA hervorgegangen. Und was ganz interessant ist, an ihren Förderprogrammen, die sind sehr niedrigschwellig. Man beantwortet ein paar Fragen und bekommt dann einen Zuschlag oder eben nicht. Und in der Vergangenheit war das oft irgendwie so, ja, die Go-To-Foundation, die eigentlich hauptsächlich Projekte in den USA fördert. Aber in Deutschland gab es einfach nichts Vergleichbares. Und es war so ein großer Hoffnungsträger jedes Jahr. Ach, wir reichen wieder mal was ein und probieren es. Und sind einfach immer wieder daran gescheitert, weil es in Deutschland eben nichts Vergleichbares gibt. Bei den Vorbereitungen auf diese Präsentation ist mir eingefallen, Mensch, eigentlich haben wir vor vier Jahren einen kleinen Incubator gemacht. Und zwar Stadt, Land, Code. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich noch einige. Damals hatten wir, ja, auch eine relativ kleine Summe, 2500 Euro. Man sieht es hier unten an Civic-Tech-Projekte vergeben. Und weil es so wenig Geld war, noch ein bisschen gutes Karma obendrauf gelegt. Was interessant zu sehen ist bei dem Projekt, ist, dass die drei Projekte, die gefördert wurden mit den 2500 Euro, die sind nach wie vor entweder noch am Leben oder die Leute sind in der Community und arbeiten an anderen Projekten. Das heißt, uns sind eigentlich alle ganz gut erhalten geblieben und das Projekt wurde damals auch gut angenommen. Es war ein Projekt der Open Knowledge Foundation und wir hatten ein Mini-Budget. In den letzten Jahren hatten wir uns dann stark auf Community-Aufbau fokussiert. Eins unserer Projekte ist Code for Germany. Es kamen immer mehr Leute auf die Idee, Tools für Bürger, für ihre Nachbarschaften, aber auch für Datensicherheit zu entwickeln. Und da ist Code for Germany nur ein Community-Beispiel. Da gibt es die Freifunker, da gibt es den CCC, da gibt es eine ganze Reihe an Communities, die immer wieder Tools wie den Abmahn, Beantworter und so weiter rausbringen und versuchen, in dem Bereich etwas voranzutreiben. Oft einfach nur im ehrenamtlichen Bereich, was auch super und großartig ist. Aber manchmal, ja, um die Projekte so ein bisschen zu professionalisieren, kann es nicht schaden, so finanzielle Unterstützung zu haben und sich einfach mal ein paar Wochen, Monate wirklich fokussiert dem Tool widmen zu können. Genau. Dann gibt es diese ganzen Communities und vor eineinhalb Jahren haben wir uns gedacht, Mensch, es gibt noch immer kein Förderprogramm für diese ganzen Projekte in Deutschland. Und haben beschlossen, ein Ministerium oder haben versucht, ein Ministerium davon zu überzeugen, ja, Steuergelder, ein Förderprogramm, eine neue Zielgruppe zu entschließen, sich zu überlegen, ach, wir geben ja diesen ganzen Research Institutions und wissenschaftlichen Einrichtungen immer große Summen an Geld. Vielleicht fördern wir auch mal ein paar Projekte von Einzelpersonen, die eine gute Idee haben, die ausprobieren wollen und die umsetzen möchten. Dazu haben wir dann einen Antrag geschrieben, um es ganz vielen anderen Leuten zu ersparen, Anträge zu schreiben und haben das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung als Partner gefunden und die davon überzeugt, eben diese neue Zielgruppe zu erschließen und zu überlegen, wie kann man Förderprogramme, ja, so ein bisschen leichtgewichtiger denken, ohne, ja, großen bürokratischen Aufwand. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns gefragt, diese Zielgruppe, was braucht die denn? Und wie kann man, so ähnlich wie User-Centered Design, wie kann man denn User-Centered oder FördernehmerInnen-Centered Förderprogramme aufziehen? Der erste Punkt, auf den wir uns fokussiert haben, war Bürokratie reduzieren. Also wie schafft man es, diesen ganzen Bewerbungsprozess möglichst niedrigschwellig zu machen? Wie schafft man es vielleicht sogar ohne Papier auszukommen? Weil wir eigentlich so ein bisschen, ja, das Bild von unserer Zielgruppe war, diese Menschen haben in ihrem Leben so viele Drucke repariert, dass sie eigentlich selbst gar keinen mehr besitzen und auch nichts ausdrucken wollen und irgendwie unterzeichnen und wohin schicken wollen. Das heißt, kann man, gibt es die Möglichkeit eben diesen Bürokratie- und Papieraufwand zu reduzieren. Das zweite war Freiraum, um Dinge auszuprobieren. Und in fast allen Förderbekanntmachungen steht das Wort Innovation, innovative Projekte. Aber um irgendwie was Neues hervorzubringen, braucht es einfach oft mehrere Zyklen, braucht es auch Scheitern. Also wie kann man dieses Scheitern erlauben und wie kann man, ja, Experimente erlauben? Deswegen auch der Name Prototype-Wand. Also es zielt nicht darauf ab, am Ende ein glossy Produkt zu haben, das sich sofort verkaufen lässt, sondern wirklich einfach mal was auszuprobieren, zu testen und, ja, danach vielleicht darauf aufzubauen. Und wenn man scheitert, auch zu kommunizieren, warum hat was nicht geklappt, um, ja, andere nicht in dieselben Hürden laufen zu lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt, was wir bei den Programmen im Ausland sehen, oft ist der finanzielle Teil gar nicht so wichtig, sondern Vernetzung mit anderen Projekten, die an ähnlichen Dingen arbeiten, aber auch Coaching durch Mentoren, die vielleicht schon dieselben Projekte durchlaufen haben und Tipps geben können, ist extrem wichtig. Deswegen liegt ein großer Fokus des Prototype-Funds auch an dieser Vernetzung von Projekten und auch mal aufzuzeigen, was gibt es da draußen, welche Leute arbeiten an was und warum wird es sich noch für viel mehr Ministerien lohnen, da gezielter zu unterstützen. Es gibt auch langfristige Ziele, die langfristigen Ziele sind, die Open-Source-Community stärken und die Förderlandschaft zu verändern, also Bürokratie abzubauen und neue Zielgruppen zu erschließen, also nicht nur Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu fördern, sondern auch Einzelpersonen. Genau, kommen wir zu den Schwerpunkten, das ist auch schon der letzte Teil. Was fördern wir denn eigentlich mit dem Prototype-Fund? Wir haben das jetzt für den ersten Call, für die erste Runde, es wird insgesamt vier Runden geben in den nächsten drei Jahren, relativ breit aufgezogen, weil der Prototype-Fund ist auch ein Prototype. Also wir wollen über die drei Jahre lernen, wir wollen sehen, in welchen Bereichen reichen denn viele Leute ein. Und die vier Bereiche für das erste Jahr oder für die erste Runde sind Civic Tech, Tools für, ups, einmal zu viel geklickt, digitale Tools für Bürgerinnen, da geht es um Partizipation, da geht es darum, wie können Bürger besser mit staatlichen Einrichtungen kommunizieren, da geht es vielleicht auch um Bots, who knows. Das zweite Thema ist Datensicherheit. Deutschland ist ja bekannt dafür, dass es eine große Sensibilität in dem Bereich gibt, aber werden auch wirklich Tools entwickelt oder werden genug Tools entwickelt, wie schaffen wir noch bessere Anwendungen für verschlüsselte Kommunikation oder Datensparsamkeit zu bekommen. Data Literacy ist auch ein Thema, wo es darum geht, ach Big Data, wie sollen wir mit diesen Datenmengen umgehen, wie können wir kleine Spreadsheets analysieren, wie können wir vielleicht Journalisten dabei helfen, Daten besser zu nutzen oder NGOs. Und dann gibt es noch als so Base Layer Software Infrastruktur, also welche Infrastruktur braucht es, damit man die anderen Bereiche unterstützen kann. Was sind die Bedingungen? Das ist jetzt schon fast der Abschluss. Man braucht einen Wohnsitz in Deutschland, man muss nicht deutscher Staatsbürger sein, man kann auch ein Teammitglied haben, das einen Wohnsitz in Deutschland hat. Man muss selbstständig sein und man muss sein Projekt unter einer Open Source Lizenz veröffentlichen. Die Deadline für die erste Runde ist in, ich glaube, 20 Tagen am 30. September, aber keine Eile, es gibt noch eine zweite Runde, die im Februar startet und auch noch eine dritte und vierte Runde. Und bewerben kann man sich hier, hier ist auch der Twitter-Account und dadurch, dass der Prototyp ein Prototyp ist, brauchen wir ganz viel Feedback, welche FAQs oder welche Fragen sind noch nicht in den FAQs, welche Sachen sind noch nicht ideal, was nervt. Genau, schreibt uns oder quatscht uns an, hier sind auch noch Elisa und Aileen aus dem Team irgendwo schwirren rum und ja, und reicht Projekte ein. Dankeschön. Vielen Dank.